Hallo und herzlich willkommen wieder beim Let's Play Pokémon Rot von Draxio LP. Ähm, letztes Mal haben wir hier diesen Rockku besieg und haben von dem, äh, Dingsons bekommen. Äh, hier Geduld. Ähm, die Attacke ist, äh, ziemlich schlecht. Hier steht auch an diesem Stein, hier kann ich euch ja mal zeigen. Äh, ja, hier, da. Ähm, bisherige Sieger Gary und Stanguku. So, also unser stylischer Name, natürlich. So, das ist ein Museum, da kann man 50 Pokosolder total unnötig ausgeben für irgendwelche Scheiße. Dö, 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 dö. Da sollten wir uns mal in den Markt gesellen und ein paar schöne Sachen kaufen. Äh, nein, du kannst wenig behetzlich sein, aber das hab ich dir auch schon zehnmal gesagt. Dann kaufen wir uns gleich davon noch ein paar. Ähm, ja, okay, das reicht. Und dann gehen wir nochmal zum Poké Center und teilen unsere Pokémon. Also, äh, nochmal, es ist jetzt hier nicht mein Ziel, alle Pokémon zu fangen. Ich versuche, so viele wie möglich zu fangen. Ähm, aber ich versuche einfach erstmal das Spiel durchzuspielen. Pokémon fangen und trainieren könnt ihr selber. Ähm, ich denke, in diesem Let's Play geht es einfach nur darum, dieses Spiel durchzuspielen. Und ein paar Tracks zu zeigen, was auch immer. Ähm, ja. So, hier werden wir unser Glumander auf Zynglotex entwickeln. Ähm, ja. Das ist eine Normaltypen, das bedeutet, wir können... Ach, egal, wir können eigentlich alles benutzen. Aber was starten es nämlich so an? Ich starte dich gar nicht an, du kleiner Wichserin. Düm, düm. Ah, taubst. Ja, okay, dann. Haben wir direkt das richtige Pokémon. Ja, Elektros ist nämlich gut gegen den Flug. Ja, das ist sehr gut. Oh, ein Glück. Schon wieder ein Volltreffer. Löffel 8. Normalerweise ist mein Glumander schon, äh, in der Arena, äh, zu einem Glutexel geworden. Aber, in der Regel, äh, also hier kann ich im Prinzip auch schon, äh, hier hab ich mehr Zeit zum Trainieren. Und ich kann ja jetzt nicht hier die ganze Zeit, äh, nur trainieren. Das ist langweilig. Alter, warum krieg ich eine dauernd Volltreffer? Das ist ja mal richtig cool. Oh ja. Ich weiß, dass ich gefährlich bin. Har! Ähm. Düm, düm. Ich kenne dich aus der, ja, ja, ja. Das bedeutet, der hat Käfer-Pokémon bei sich. Äh, der bringt mir mein Pikachu nicht viel. Hm, hm. Ähm. Ich werde also jetzt einfach mal, ne, das Taubsy schnappen. Und damit das... Hobby, ja, Hobby töten. Oh. Oh. Ah, ja. Dumm. Kaboom. Tschakalakalakalaka. Was? Oh, scheiße. Also, es wird langsam Zeit, dass Taubsy eine bessere Flugattacke kann, weil das kann man nicht, kann... Kann ich doch nicht anbieten. Ich bin ein Let's Player. Wie kann ein Let's Player so ein schlechtes... Äh, Mann. Aber solange man uns dieses Raub, äh, hier, Raub mir nichts antut... Am Anfang spielen die, ähm, die Effektivitäten eigentlich nicht viel, also keine Rolle, weil die Stärke der Tacken ist nichts. Nichts. Hm. Oh. Donnergülle. Juhu. Ja, okay. Ja, okay, jetzt wechsle ich einfach mal. Ja, klar. Ähm, zu meinem Glumander. Hm, 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 hm. Halalala. Stirb! Also, äh, das Glumander muss Level 16 sein. Aber das ist nicht bei jedem Pokémon so, es ist halt, äh, unterschiedlich. Aber bei den meisten, äh, Pokémon, die zwei Entwicklungen haben, äh, 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 da ist das meistens so mit 16 und so, aber es gibt auch welche, die viel später sind und viel früher. Äh, das bin aber auch keines, äh, die ist auch mal high- und höchstens so mit der, äh, die jouer- die- 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 die. Ja- die- 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 die. Oh ja. Ähm, ich glaub, er... Das war der Junge, der gesagt hat, ähm... Er hat, äh, Dingsels an. Äh, kurze Shorts an und die sind die überall Brennnesseln. Die Stelle find ich dann immer ganz lustig. Ich werd euch gleich sagen dann, warum. Kann das sein? Schon wieder Volltreffer? Vielleicht haben wir hier einen Volltreffer, Pikachu. Oh. Ähm, aber, ich glaub, die Verteidigung ist nicht so gut. Oder das Ratzratz ist einfach mega stark. Ähm, dann erstmal mit nem Kratzer ausknocken. Volltreffer. Alter, was ist denn los hier? Okay, das sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, das Retter. Ähm, das ist ganz lustig, man sieht, ähm... Die Entwicklung hat Arbok und wenn man die Namen umdreht, dann kommt der Natter raus und bei Arbok Cobra. Es fällt nicht allen auf, mir ist aufgefallen. Und dieses Pokémon besitzt die gemeinste Attacke auf der ganzen... Nein, ja, genau, eben diese Attacke. Oh ja. Jetzt seht ihr, ich kann nicht angreifen. Das kann ich nicht so weitergehen. Ich glaub, da gibt's überhaupt keine Runden noch, Anzahl. Ah, aber gut, ich hab's doch geschafft. Aber wie gesagt, Einigler und Härtener können noch nerviger sein. Warte, sag dir das nochmal vielleicht? Ach man. Ah, die hab ich ja schon besiegt. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Hm. Wer weiß. Vielleicht bin ich ja ein Trainer. Hahaha. Hol, Liu. Los, Limonda. Okay. Ist gut, dass ich den gleich gewählt hab. Ah, das wird mit einem Schlag, glaub ich, sein. Hm. Silber, oh, oh. Ey, das ist die mächtigste Attacke auf der Welt. Ich freu mich so, dass ich jetzt die Attacke habe. Aber Corcuna bringt ziemlich viele Erfahrungspunkte. Aber Corcuna besitzt auch Härtener. Ja. 136, ja, okay. Geht für Level 9. Ich versuche immer angestrengt, nicht ins Mikro zu pusten. Ich puste mein Mikro rechts und ich puste nach links. Tut mir leid, wenn man es trotzdem hören kann. Nein, auf keinen Fall. Das ist die Entwicklung von Raupi, glaub ich, ja. Komm, komm, komm. Ach man. Hahaha. Mit diesem Pokémon, oder mit diesem Pokémon? Hey, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen, genau. Und der andere Bruder hat gesagt, er hätte heute kurze Shorts angezogen und das in Brennnesseln. Ja, das finde ich immer ganz witzig. Aber kann ja natürlich sein, dass ihr das nicht witzig findet, dass ihr das total ekelhaft findet, dass ich sowas witzig finde. Sagt es mir einfach in den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, wie... Ich kann mir momentan noch kein Alter vorstellen von euch, die sich das angucken. Das können natürlich Erwachsene sein, die sowas gern spielen, weil sie aus alten Zeiten das kennen. Oder es können kleine Kinder sein, die halt noch Pokémon spielen. Aber die werden dann wahrscheinlich... Also, heutzutage haben ja manche Kinder, nicht alle, total reiche verschnupft, total reiche Eltern, die den Kindern alles erlauben und die Erziehung ist nebenbei... Ah, da, Glomander, wie grüftig. Wir könnten das verhindern. Können wir einfach B drücken. Ich mach das jetzt nicht, weil Glomander einfach... Glotex einfach besser ist. Wobei ich einfach das Glomander viel hübscher finde. Oh ja. Ah ja, ich schau dich fasziniert an. Bis ich dich fasziniert an sehe, dauert es noch Lichtjauro. Radfahrt. Oh mein Gott. Manchmal beeindrucken sie mich... Siehst du, das sieht total aus wie so eine Kuh oder so. So viele Fragen. Oh oh, was ist das? Äh... Äh... Okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ähm... Es war ein kleiner Fehl. Ach, verdammt. Ähm... Äh... Egal. Ich finde meinen Namen immer noch so toll. Ehe schon nett. Ha, jetzt hab ich sie gedreht. Guck. Aber am lustigsten finde ich... Oh, vorhin... Bei den letzten Let's Plays war es irgendwie so, dass ich immer nur bei jedem zweiten Schritt einen... Oh. Jedes zweite fällt ein Schritt. Ich... Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Aufnahmeprogramm. Ähm... Äh... Außerdem... Also ich versuche immer... Äh... Ich versuche auf meinem neuen Laptop, das ist das... Ähm... Das hat ein Betriebssystem, wo es nur... Windows ja... Oder... Ach man, jetzt hab ich gesagt, man... Ich muss die Zähne rausschneiden. Oder auch nicht. Bestimmst für das Betriebsprogramm zertifizierte Apps runterladen. Deshalb... Und da gibt es sowas noch nicht. So ein Aufnahmeprogramm und auch kein Schneiderprogramm. Und deswegen kann ich das auf meinem neuen Laptop nicht machen. Ähm... Ich versuche immer... Zu gucken, ob da was Neues ist. Äh... Aber es geht halt nicht immer. Oh man... Jetzt hätte ich... Ach egal. Also ganz viele haben die Taktik, dass sie nur... Dieses äh... Anders Anfangs Pokémon trainieren. Das ist dumm. Muss ich wirklich sagen. Würde man das mit... Äh... Der Glumanda machen, dann würde man an der zweiten Arena so verkacken, dass man... Nur noch verkackt. Ja, ähm... Und zwar hätte ich jetzt aber auch mal... Äh... Taubsee dranlassen sollen. Denn mein Glutexo ist schon Level 17. Das ist natürlich schön. Das ist so ein Gugu. Oh man. Ey, man! Ähm... Ja, hier unten sollte... Ich gehe noch mal kurz zum Poké Center. Ähm... Ja. Wisst ihr was? Eigentlich finde ich das ganz lustig, während ich vorspule und nur seltsame Stimme habe. Ich finde das voll witzig. Wenn euch das total stört, dann schreibt es in die Kommis und dann sagt einfach, äh... Ne, ich spule gar nicht mehr vor, dann mache ich das auch nicht mehr. Ähm... Aber ihr könnt auch in ältere schreiben. Selbst wenn die ne Woche alt sind, da könnt ihr immer noch reinschreiben. Ich lese mir die Kommis alle durch. Weil ich meistens mehrere Folgen nacheinander aufnehme. Weil ich manchmal am Tag danach oder ne Woche danach irgendwo bin. Zu viele Hausaufgaben oder was auch immer. So, jetzt kann ich auch mit dem Pikachu wieder kämpfen. Da vorne ist nämlich so ein Typ mit einem Habitat, glaube ich. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ah, die hat einen Pipi. Ah, ich weiß es genau. Ich hasse das Pokémon. Das ist... Das ist so scheiße. Mann! Ah, ne, Pummelluff. Ah, egal. Stirb. Oh ja. Ah, meine Lieblingsattacke. Ich schwöre. Also, es sieht nicht gut aus. Also, ich werde mit dem Pikachu nicht viel anfangen. Ah, Mann. Nein, 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 nein. Äh. Donnerwille. Blockiert. Einfach jetzt mal hier Ratz-Ratz rausholen. Das ist jetzt mein Pokémon natürlich immer. Man sollte immer sowas dabei haben. Sowas Schwaches, damit man die Pokémon schneller wechseln kann. Das ist jetzt mein Tipp für den Anfang. Ähm. Äh, ja. Ähm, erst mal. Ja, nee. Item für Pikachu. Doch mal was. Pikachu. Dann wieder vollständig geheilt. Schläft zwar immer noch. Ähm. Kann ich jetzt auch nicht so schnell ändern. Wüsste ich. Ach. Trauziehen. Los. Mach sie alle fertig. Wir mögen dich doch alle. Oh, ein Glück. Du weißt doch, wir mögen nur keine Level 3 Terripsis. Ach, es ist sogar zwei oder eins. Ich glaube zwei. Willst du mir mal ein Kommi schreiben. Oder ich guck's mir einfach an. Ja, ich guck's mir einfach an. Oh. Ja. Schön. Und. Das finden die Leute ganz toll, was du hier abziehst, Pummelow. Du machst dir richtig viele Leute zum Feind, Pummelow. Ja. Genau du. Die ganzen, die mich mögen. Und jetzt denke ich, ich bin verrückt, wenn ich dem dauernd die Tränke gebe. Au, 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 au. Mann. Ja. Nein. Nein, komm, jetzt stört nicht. Oh, ey, komm. Ey, das weiß ich total. Mann. Ich würde jetzt so gerne meinen Kopf gegen den Tisch hauen. Hier kann man irgendwo einen Habitag fangen. Ah, ah, ah. Oh Mann, ich würde aber einen Habitag haben, Mano. Ach, hier. Herzlich willkommen, Habitag. Uns geht's doch allen gut. Oh, der Wex. Pika. Pikachu. Schuh. Immer noch? Ja. Dieses fette Bi- Oh, Mann. Ich hole gleich meine Katze, die diese Maus da killt. Was? Oh, Alter. Weißt du, erst kommt sie an mit total fehlenden Volltreffer und dann schläft sie. Oh, endlich. Stürf. Ähm. Ja. Ach, Volltreffer. Wenigstens das, ja. Das war alles auch nötig. Ich fange mir doch kein... Ach, doch, doch, ich will einen Porenthal haben. Ich muss nur einen Habitag fangen. Ansonsten funktioniert das alles nicht. Immer einen Habitag fangen. Immer einen Habitag fangen. Denn. Dann kriegt ihr nämlich ein zu seltenes Pokémon, wenn ihr ein Habitag fängt. Ihr müsst unbedingt einen Habitag fangen. Das ist sehr wichtig. Ansonsten könnt ihr nicht überleben. Komm, Level 10. Oh. Lauf, Lauf, Auflauf. Ja, ja, ich mag diesen Satz. Auflauf, Auflauf. Tö, 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 tün. m ich glaube aber nachdem ich es auf sie besiegt haben ist die Folge auch zu Widerstand schon wieder zu Ende um wie immer aber so lassen empfehlen was auch immer ihr werdet von euch und ich konnte aber auch auch kommentare auch jahre danach noch an ich gucke mir mein Video immer jeden Tag wahrscheinlich an und daher schreibt alles rein wann ihr wollt auch wenn das Video halt ein Jahr alt ist oder Monat ist mir egal also dann ähm ja tschüss